Viele Menschen wünschen sich, ihre Dualseele zu treffen. Sie sehnen sich nach dieser einen Seele, welche sie ganz genau kennen, mit welcher sie so vieles gemeinsam haben. Wenn du auch deine Dualseele fühlen oder kennenlernen möchtest, dann darfst du jetzt einen tiefen Atemzug nehmen, einen Atemzug des Lichtes der Liebe. Um mit diesem Atemzug ruhig zu werden. Und dich zu entspannen. Denn je tiefer du dich entspannst, desto leichter wird es sein, deine Dualseele zu fühlen. Ich lade die himmlischen lichten Wesen ein, welche bei dir ganz nah in deinem täglichen Leben sind. Es sind deine dich begleitenden Engel und sie haben sich jetzt um dich herum versammelt. Und sie werden dich in dieses Feld, in dieses Feld der großen Seele führen, wo du deine Dualseele spüren kannst. Und so nehme jetzt noch einmal einen tiefen Atemzug. Und lasse dich dann tragen, tragen von deinen dich begleitenden Engeln in das Feld der großen Seele. Und spüre, spüre bereits, dass es in diesem Bereich, in der großen Seele mehrere Dualseelen gibt. Es können eins, zwei oder drei sein. Es kommt ganz darauf an, was du fühlst. Und so verlasse dich auf deine Gefühle. Denn alles, was du fühlst, ist richtig und gut. Das Feld der großen Seele umgibt dich. Die Energie ist dir sehr vertraut und du fühlst dich wie zu Hause. Und jetzt hast du Gelegenheit, um zu prüfen, ob in diesem Feld sich noch andere Seelen befinden, welche zu dir gehören. Lasse dich führen, erwarte nichts und sei neugierig wie ein junges Kind. Und genieße all das, was sich dir zeigt. Du hast nun ein wenig Zeit dafür. G consisten und stöhnen. Sie können uns da sprechen. Aber ab Federalize gewinnen, in einem anderen Kompetenz. ônigungen. plywoodk house tout hindern sichesiater. Hö desses sind. Quassos Über WhatsApp negruzig. Und Clerk nicht. Irmary Dank deinem. Ver levant geg shipt damit administration. Amen. 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 Es kann sein, dass du mit deiner Dualseele alles schon erarbeitet hast, dass nichts mehr zu tun ist. Es kann aber auch sein, dass noch einige Aufgaben vor euch liegen, welche angeschaut werden möchten. Und es kann auch sein, dass du keine Dualseele findest. Wie auch immer es ist, ist es richtig und gut. Vertraue deinen inneren Bildern und Gefühlen, sie entsprechen deiner Wirklichkeit. Und... Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Du befindest dich auf einer besonderen Ebene, wo der Kontakt zu den Dualseelen sich leicht herstellen lässt. Und so ist es möglich, dass du, wenn du eine Dualseele gefunden hast... dass du dir etwas übermitteln kannst. Und so spreche nun das aus, was aus deinem Herzen kommt und was dir wichtig ist. Du bist das aus, was du hast du, wenn du bist. Du bist das aus, was dich zu schützen. Du bist das aus, was du bist. Du bist das aus, was du bist. Untertitelung des ZDF, 2020 Deine dich begleitenden Engel halten die Energie und achten darauf, dass es dir gut geht. Und dann, nach einer Weile, werden sie dich wieder zurückbringen. Nachdem du dich verabschiedet hast, tragen sie dich sanft und voller Liebe in das Hier und Jetzt zurück. Alles, was du erlebt hast, ist deine eigene Wahrheit. Vertraue darauf und wisse, dass alles gut und richtig ist, so wie du es gefühlt hast. Bewerte nicht und bleibe neutral und bewahre alles, was du erlebt hast, in deinem Herzen auf. Natürlich kannst du diese Begegnungen vertiefen, indem du diese Meditation wiederholst. Du kannst aber auch alles so belassen, wie es ist und wieder deinem alltäglichen Leben nachgehen. All dies ist deine eigene Entscheidung. Und so komme nun wieder in das Hier und Jetzt zurück. Ich bin noch nie. Ich bin noch einiger Dank. Untertitelung des ZDF, 2020